In diesem Video zeige ich dir ein Tool, eine Methode, die viel, viel, viel stärker ist als Affirmationen. Mein Name ist Boris Pittner. Ich bin Gedankenmentor, Unternehmer und ich zeige dir, wie du mit deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deine Realität, dein Traumleben erschaffst. Was sind Affirmationen? Affirmationen sind bekräftigende Aussagen, positive bekräftigende Aussagen, die du auch immer wiederholen kannst oder wiederholen solltest, weil durch die Wiederholung sich diese Affirmationen in deinem Unterbewusstsein speichern und du dich unprogrammierst, du eine andere Programmierung dadurch erschaffst. Das ist aber immer ein kleines Problem, gibt es dabei immer, weil die Affirmationen verlangen viel, viel Disziplin, Wiederholung und Stoßen auf Widerstände, die hochkommen, wenn du zum Beispiel sagst, eine Affirmation, die ich sehr toll finde, ist, ich liebe mich. Stell dich mal vor den Spiegel und sag, ich liebe mich. Was passiert? Es kommen bestimmt Widerstände hoch. Ja, warum liebe ich mich? Ich habe nicht die perfekte Figur, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Es kommen Widerstände hoch. Und mit unserer Methode, mit unseren Tool, train your brain, umgehen wir diesen Widerstand, indem wir die Affirmation in eine Frage formulieren, in eine ermächtigende, bekräftigende Frage. Warum machen wir das? Weil unser Verstand ist programmiert, auf Antworten zu suchen. Und wir umgehen dadurch den Widerstand, den man bei einer normalen Affirmation hat. Unser Verstand ist so intelligent, so brillant. Ich würde mal behaupten, dass es von 95% den Menschen dem Verstand langweilig ist. Deshalb lässt er uns immer wieder solche Gedanken hochkommen oder so Bullshit-Stories, wie es so schön genannt wird, die uns den ganzen Tag in den Kopf herumschwirren. Und deshalb müssen wir unseren Verstand, oder sollten wir ihn mit sinnvollen Sachen beschäftigen, weil er ist so brillant, er kann uns so viel erschaffen, wir können manifestieren, wir können in eine höhere Schwingung kommen. Wir sind viel glücklicher, wir sind gesünder, wenn wir unseren Verstand richtig nutzen. Und deshalb haben wir die Methode, das Tool, train your brain, kreiert, oder ist uns zugeflogen, dass wir es machen dürfen. Was ist train your brain? Train your brain sind in Fragen formulierte Affirmationen, bekräftigende Affirmationen, die ohne Widerstand in dein Unterbewusstsein direkt reingehen. Wie gehen sie in dein Unterbewusstsein rein? Diese Fragen sind hinterlegt mit binaralen Beats, mit Solveggio-Frequenzen. Solveggio-Frequenzen sind uralte Frequenzen, die gibt es schon länger. Und es gibt verschiedene Frequenzen, du weißt ja, es ist alles Energie, alles ist Schwingung. Und es gibt auch eine Frequenz des Unterbewusstseins und mit diesen Frequenzen arbeiten wir, dass wir direkt ins Unterbewusstsein hineingehen können mit den Fragen. Und dann fragst du quasi direkt dein Unterbewusstsein und dann bekommst du über dein Herz, über deinem Verstand die Antwort. Und diese Antwort ist immer richtig, die du von deinem Herzen bekommst. Und so geht es viel, viel stärker, ist es viel, viel stärker wie eine Affirmation. Und geht es viel schneller, mit weniger Zeitaufwand kannst du bessere Resultate erzielen in deinem Leben. Schneller wachsen, wächst in deiner Geschwindigkeit. Und mit einem wirklich geringen Zeitaufwand, du kannst sie anhören, zwischen den Pausen wiederholen. Und du kannst sie auch niederschreiben auf ein Blatt Papier und immer wieder lesen oder immer wieder schreiben, jeden Tag. Je nachdem, was du für ein Lerntyp bist. Es ist unigasell einsetzbar, mit wenig Zeitaufwand. Und du erzielst die schnellsten, möglichst größten Ergebnisse mit Train Your Brain. Das ist jetzt Train Your Brain, kurz erklärt, warum Train Your Brain viel, viel stärker ist. Wie Affirmationen. So, und jetzt haben wir noch ein Gewinnspiel laufen. Kommentiere Hashtag Herz unter dem Video. Und du bist in den Lostopf drin für unsere Herzöffnungsmeditation, die wir verlosen. Kommentiere Hashtag Herz. Dann bist du mit dabei. Und wir freuen uns auf deinen Kommentar, auf deine Fragen. Und lass einen Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du kein Video mehr verpassen wirst, dann abonniere einfach die Glocke. Ich freue mich auf dich und ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Und ja, ich wünsche dir eine fantastische, grandiose Zeit. Du bist die Veränderung. Peace and Change. Dein Pogis. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020